Ich habe eine Befürchtung. In Trönen. Bei mir steht noch Blase-Werte, aber ich habe eine Befürchtung. Wenn sich diese Befürchtung bewahrheitet, ich glaube, dann kann es sein, dass kommt User in the Channel, äh, hier, äh, User in the Channel timed out. Bei dir? Das kann nämlich gleich sein. Weißt du, warum? Weil ich dann nämlich mein Laptop zusammendrehte. Ach, doch nicht. Glück gehabt. Weil gerade eben habe ich einmal kurz, okay, mein Lack ist immer noch painful, ähm, auf Escape geglückt habe und dann stand ich ganz kurz mitten irgendwo am Arschtappeln. Dann habe ich gedacht, wenn jetzt mein Charakter wieder gewiped worden ist, gibt es Tote. Aber wir hatten Glück. Wo bist du? Äh, wieder in der Bar. In der Bar. Komm gerade zur Bar. Und? Hey, hier gab es immer noch nirgends so eine verkackte Jig. Hi. Sag. Immer, du hast bei mir keine Waffe in der Hand gehabt. Das sah gerade ein bisschen lächerlich aus. Was? Boah, wie schön. Du hattest gerade eben bei mir keine Dings in der Hand, und keine Waffe. Das sah gerade echt los. Ey, wir können das nochmal die Polizeistation neu looten. Ja. Ich rasch kurz hin. Was heißt denn, dass hier neue Zombies da sind? Deine Zombies, mein Gott, die hier waren. YOLO. Okay. Ich habe gerade von irgendwo ein Zombie gehört. Ja. Oh, du kommst ja an die Treppen hoch. Aus die Wände kommst du immer noch. Scheiße, ja, dann, ähm, schieß drauf. Ähm, darfst irgendwo durch ne Wand fallen. Ja, dann ist mir egal. Seit dem Update können jetzt nämlich diese wunderbaren Zombies hier doch durch Wände chillen. Na, da ist ein Binocular, aber ich brauch ganz ehrlich, meine ich... Oh, Shotgun! Ähm, kannst du mal gleich schauen, ob du irgendwo so eine verkackte Dings findest? Säge. Ich such schon. Weil hier ist wieder eine Shotgun. Vielleicht irgendwo Streichhölzer finden, dann mache ich einfach draußen Feuer an. Einfach nur, weil ich es kann. Streichhölzer. Okay, dann ist gut. Ich habe ein Feuer. Komm mal kurz gleich vor die Polizeistation, wenn du fertig bist. Aber erst wenn du fertig bist. Wir haben Zeit. Ja, ich will nur, dass du wirklich knackte Zombiesch. Wenn du durch ne Wand gebackt bist, dann bleibt der da auch erstmal drin verspacken. Backen. Backen. Also, ich komme gerade zur Polizeistation. Warte, ich komme kurz unten raus. Ich erscheine wieder ein Zombie. Nix. Oh, hier liegt ein Magazin. Auto hast du durchsucht, oder? Geh bitte? Auto hast du durchsucht. Ja, ein Magazin für die 45er liegt hier rum. Habe ich nicht, aber ich kann es mitnehmen. Ey, ich dachte, du hast eine 45er. Nein, ich habe dir die 9mm zu geben. Da habe ich noch die Marken und eine abgesägte Shotgun. Warte. So, zu uns an. Ich gucke mal, ob ich Fing kriege, aber wo sind die Streichhölzer hin? Uh. Der hat zuvor extra einpackt. Da. Du wachst bei mir gerade extrem rum. Was? Du wachst gerade bei mir ein bisschen rum. Ich kann es nicht anmachen. Du musst es öfters anmachen. Ich versuche es anzumachen. Ich will es nicht wie. Äh, nochmal nehmen. Nochmal besuchen. Ich kann es ja nicht mal benutzen auf das Feuer. Dann weiß ich es auch nicht. Dann ist es egal. Hast du schon eine Säge bis jetzt gefunden? Äh. Ich schläge es mal in mein Inventory. Vielleicht kann ich es da dran machen. Ich versuche es mal in mein Inventory. Aber zünde ich nicht selber an. Hahaha. Wie viel Platz braucht es? Hier. Wie eine Pistole. Hier in der Säge ist es also vier rund, oder? Zweimal zwei. Wacht mal, das ist dann. Nee, geht irgendwie nicht. Frag mich nicht, wie man das anmacht. Frag mich gar. Ich habe keinen Pistole-Flashlight gefunden. Nee, ich habe mal die Shotgun so in die Hand. Als erstes. Ich habe... Keine Säge. Ah. Ich will nicht sagen gehen. Wasch eine Säge? Nein, ich habe keine, aber ich habe die Shotgun in der Hand. Boah. Hi. Shotgun. Shotgun. Ich habe Shotgun gesagt. Dann suchen wir halt jetzt mal die Kackhäuser. Dann finden wir ja irgendwo eine Säge. Warte mal kurz. Ich gehe mal kurz hier auf die Karte. Wir sind ja hier in Grishino. Ich will dich sehen, Dad. Das war... Irgendwo in dem Haus chill ich gerade. Ganz kurz, zwei Sekunden bitte. Hexor. Search. Okay. Gibt es... Also die Chance, das zu finden, gibt es in Grishino anscheinend. Ziemlich... Säge. Ja, Säge zu finden. Ich darf in die Richtung der Arche-Polizeistation. Die Böde in der Fabrik sind auch Sörmer, oder? Ja, davon kann ich schon ausgehen. Hey. Hier drin habe ich auch noch nie Loot gefunden. Also in den schwarzen Häusern muss ich einfach gar nicht reingehen, Mann. Weil es ist einfach nur schwarz. Auf jeden Fall, wenn du jetzt auch rennst, ist mehr Bewegung in der Kamera. Also ist ein bisschen realistischer. Scheiße. Was ist das? Respirator. Ja, voll. Ja, mir hat es das Gefühl, dass... Äh, kannst du dir die Hand nehmen, wenn du Pfeiler hast. Hey, wenn meine Tussi nichts in den Händen hat, dann kann die rennen, also ich würde wie ein junges Bambi. Da war eigentlich auch nie Loot drin. Da ist das Kackhaus, kann ich auch überspringen. War es ist. Hier ist, glaube ich, nur so billige Müll drin. Egal, ich habe so lange nicht mal die, äh, Hex, äh, diese... Hier, Warren. So. Liste in Ordnung. Ich kann mal wieder ein bisschen zu dir zurück, zur Richtung Polizeistation. Ich würde sagen, sauchen wir uns zuckevoll am Brunnen. Ja. Und gehen weiter, oder? Ja, dann gehen wir zum R4. Äh, kannst du noch... Hast du jetzt noch kurz Sticks für mich übrig? Ja, ich habe noch mal kurz einen Baum fallen. Ja, kann ich auch. Ich versuche mal kurz den Baum hier zu klatschen. Was ist denn du grad? Wie oft muss man dann auf so einen Baum reinschlagen? Drei mal. Vier, fünf mal. Fällt der Baum dann um? Ich würde sagen, du bist untalentiert. Ah, okay. Ich bin talentiert. So, und jetzt liegt hier irgendwo gleich so ein Stück Holz rum. Das kannst du halbieren. Oder aussplitten zwei oder drei Mal. Dann kriegst du immer Woden-Sticks raus. Okay. Ich habe Woden-Sticks. So, und jetzt versuche ich das nochmal. Ach da, die hast du. Ja, kannst du mal kurz daraus, ähm, so mir so Gehhilfen machen? Ich bin blöd. Wenn ich Dings hätte, wenn ich Racks hätte. Warte, ich kann das mal versuchen. Ich kann leider nur mit meinen Bandagen, kann ich kein Dings machen, kann ich kein... Ja, du musst irgendwas zum Anziehen haben, dass du total entfernt hast. Ja, ich brauche einen Rack. Leider nicht. Egal. Da muss ich ganz kurz meine Map kurz aktualisieren. Oh, du musst doch mal ein T-Shirt finden, oder? Ja, eben. Hast du die komplette Polizeistation durchsucht? Jo. Da ist doch nichts drin. Nein. Meine Fresse, wie viel kann die denn saufen? Wer ist hier? Ohne Witz, ich mache hier einen Counter. Ah, jetzt. Counter, wie viel... ...reingeh. Warte, ich muss da ganz kurz meine Pistole mal nachladen. Ach ne, die ist schon noch nicht. Ich will keinen zu lang an. Okay, weiter geht's. Da ist doch hier irgendwo dann so ein Kackhaus. Da links ist noch mal eine Bar. Ich gehe hier rein, gehe du mal in die Bau und guck mal, ob du irgendwo so ein Drecksverkacktes... ...Hitschaut, finde ich. Oder Racks, einfach nur. Einfach was ganz... Ja, Mann. Ich habe es... Racks into... Tier into Racks. Ja, Mann. Dann rechts klick auf deine Scheiß-Sticks. Craft Splint Racks. Racks, ja, perfekt. Jetzt habe ich's. Also jetzt habe ich auch Racks. Ja, mein Gott, wir sind echt so hochintelligent. Was hast du, meinst? Ja, ich. Ja, weil ich's kann. Frage ich's nur, wo ich jetzt die Dings hingebauen habe. Meine... Shotgun. Ich habe so ein Gefühl, dass die weg ist. Beim Trinken hast du die wahrscheinlich verloren. Scheiße, stimmt. Geh noch kurz einmal zurück zum Brunnen. Nee, da liegst du auch nicht mehr um. Ja. Du hast uns davor was noch in Hand genommen? Ja, nichts, das war's, ja. Davor sehe ich irgendwas benutzt noch. Nichts gegessen, nichts getrunken, ich bin nur rumgelaufen und habe... Ah, ist jetzt auch nicht so schlimm. Doch, der Baum hast noch gefällt. Schlimm, der liegt über dem Baum. Ich vergaß. Mein Gott, ich will die ganze Zeit, wie beim... Sag schnell. Der müsste doch hier gewesen sein. Da liegt sie auch, hier. Da, herr, perfekt. Guck. Moment, nichts in die Hand nehmen. Tada. Ich würd sagen... Ähm... Richtung R-Field. Dein Buggy-Tipp, okay. Warte kurz. Schauen, ob wir in die richtige Richtung laufen. Das ist auf der abgewandten Seite. Das heißt, das ist Schlinge. Warte, ich muss kurz überlegen. Wir sind von da drüben gekommen. Da, wo ich jetzt hinguck. Warte. Da sind wir abgebogen, hier rein nach. Genau, warte, ich muss kurz überlegen. Da ist der Wald, wir müssen... Wir müssen rechts von uns. Wir müssen hier hoch, in die Richtung. Das ist Richtung Kurche. Hä? Ja? Ja, ja. Dann müssen wir die nächste Möglichkeit links. Manchmal sind wir schon fast am R-Field. Wie viel Player haben wir denn hier online? Da sind wir ganz viel im Part-Rout-Getion. So, Wechsel vorschlagen, wenn wir eine schöne Position haben. Ja. Warte kurz. Was? Das kann ja nicht sein. Da kommt... Hast du schon Kompass? Äh. Nein. Ähm. Der Waldweg. Der Waldweg. Kann ich aber auf der linken Seite sein. Das heißt, wir laufen doch in die falsche Richtung. Wir müssen die Richtung laufen. Ui. Sicher? Jetzt vielleicht gerade spielen. Nein. Was? ACS funktioniert nicht mehr. Bei mir glaube ich aber auch. Weil bei mir... Ich habe ein Standbild. Einfach Standbild. Das heißt, ich meine Maus nicht mehr. Bei mir passiert gar nichts. Bei mir ist einfach AC in einem Standbild eingefroren. Ich hätte meine Maus kommen wieder. Hallo. Alt-F4 funktioniert auch nicht. Steuerung X auch nicht. Okay. Steuerung Alt entfernen. Funktioniert doch immer wieder. ACS funktioniert nicht mehr. Programm schließen. Gut. Dann haben wir dann soeben gerade erfolgreich... ...getestet, dass Baisy auch mal abstürzen kann. Ich glaube, die ist sehr erfolgreich. Das ist ja eigentlich mal wieder vielleicht eine Maus. Fabrikot. Jetzt nochmal.